Was bist denn du für ein geiler Typ? Ich bin Sui. Hi. Alter, wie alt bist du? Ich bin 14. Du hast ja hier voll Gas die Bühne abgerissen. Tierisch. Ich hab nicht gedrückt, weil du einfach zu perfekt in Team Johannes passt. Sie hat recht. Sie hat recht. Sorry. Da ist ich nur ein Stück weit zusammen. So eine weise Frau, da darf man nicht natürlich... Also insgesamt, du bist ein Typ, der muss in ein Team mit einem Typen. Ja, und da gibt es ja hier nur einen. Sorry. Wie verlehrt ihr doch? Sei es nicht mal ein Stück weit zusammen? Peace, 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 peace. Aber ich finde super, wie das gerade läuft. Ey, Dui. Also ich finde, du passt sehr gut zu mir, weil Dui heißt auf holländisch Tschüss. Und Tschüss heißt auf Französisch Au revoir. Heißt es nicht. Auf Wiedersehen, mein Freund. Das ist ja sowieso der Haken in deinem Song. Heißt nicht Auf Wiedersehen, à bientôt? Nee, das hast du es bald. Französisch LK, Fragen. Jetzt führen wir das Gespräch auf Französisch einfach weiter. Scheiße. Dui, je m'appelle Marc. Je suis... Je suis... Je suis un coach de Voice Kids. Bienvenue à mon team. Non, non, non. Bienvenue à mon équipe. Also, kann ich mich jetzt entscheiden? Oh ja. Also, auch nochmal Französisch. Je vais à tes johannes. Je vais à tes johannes.